Good luck! Fun! Fucking Knobst! Until they're back! Ich glaub der weiß nicht, dass man die Leute nicht mehr hier einkommen Anscheinend Aber das ist schon länger so, das ist doch schon 1-2 Monate, oder? Das ist schon ewig Ich find's immer noch schade, aber okay Okay, die zwei pushen runter Ich schau mal vorne, was bei A abgeht Wieso spielen wir Vertigo eigentlich? Mach Hilfe, Mach Hilfe, Mach Hilfe Wieso lebe ich so lang? Boah, nice shot Ja, ich steh oben, ganz oben Und der Rauch steht neben mir Ich wollte messern Nice job, Orange 2-A Boah, der Red hat ziemlich kassiert Ja, komm doch mal an den Motivator Wo war denn der? Dreamplayer, da links Ja, da Selbst von rechts grad, der ist runter gegangen Ich hab grad Metall gehört Und da der Mate nicht läuft, kann das bloß R gewesen sein Er geht zu B Safe call Geh doch über City Geh doch über City Ähm Blue AFK Ja Er steppt über mir Er geht Er geht wieder zu A glaub ich Oder? Andererseits langsam nochmal entscheiden Ja Er ist bei A Er ist komplett rum gegangen Waffe Kurze Frage, hörst du einen Batman? Grün? Was? Er ist nur Batman, er spricht zu unserem Mikro, also zumindest kommt links unten das Zeichen aber ich glaub kein Wort Na, der ist tot Deine Eltern sind gestorben Nooo Er wird drauf auch reden Aber Blau ist auf jeden Fall da, er bewegt sich René Na Oh Gott Tür in front of A Ah, Gats, ich hab den zweiten nicht gesehen Oh Gott, Blauleck die Hölle Oh Gott Das kann ich Ey, da ist ein Bomb down Und? Jaa Einmal Ups Interessant So, jetzt kann ich nicht mehr durchswitchen WTF Hä, ich sehe das Interface nicht mehr Hallo? Puh Er ist da Ne Puh 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 Ich weiß nicht wie ich mich zuschaue aber Äh Okay, wer hat denn hier die B90? Ach, das ist der Batman Wie hat Batman eigentlich Minus 1 geschafft? Counter Terroristen gewinnen Ist doch da gerade ausgeschaut wie der Erics Deck Ich kann... Okay Erst mit UMP wegwerfen Ja Und die B90 vom anderen willkommen Ich glaube ich nehme die B90 jetzt einfach Easy Mach das Ich glaube es wird B Ja, wird ziemlich sicher B Wenn ich nicht mehr Aber wo habt ihr euch überrascht ist es unter mir Du wirst nicht mehr von mir, Papa Ach Gott, du bist ja gar nicht orange rechts soll mich auch mal ein paar kills machen dass die ganze amtselig ausschaut ach gott meint sie kommen so weit na ja na ja gut ich hab's nicht verstanden irgendwas hat er gekauft dann hier oben gehen richtung zurück schießen das ist so gefährlich was ich mache übrigens kann ja jetzt viele steps gut vielleicht doch nicht die p90 nicht ganz so gut alter blau leck die hölle ich weiß ja nicht aber ich glaube ein bot wäre besser ja soll man kicken wurde besser exakt mir tut es für ihn ein bisschen leid aber sorry mit den lecks vor allem es wird immer schlimmer es hat mit 300 angefangen zwischen sind wir jetzt fast bei 600 der ping das drückt einfach keiner irgendwas ja brav ja 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 wo stehst du eigentlich ich stehe im kleinen raum dazu leid darunter ich höre die ganze Zeit Steps links von mir die könnten bei B sein ich verschieb mal auf B rüber ich bleib doch nur da na bleib bei A grün ist jetzt was ach Gott wo ist denn die Smoky Leute kommt die Smoky dann her einer Tor oh fuck nein 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 Tür bei den Toilets ich muss bitte sterben danke ich hab ein HP rechts rum irgendwo wahrscheinlich im im Klo drinnen so was muss man gefährlich für die gehen die zurück? hast du grad gesehen aus seiner Sicht? äh na fuck ich hab ein Problem der Batman kommt gerade so City Spawn Anna ist links da es ist der mit HP du musst durchziehen eigentlich ach da ist er ach da ist er ich dachte ich hab ernsthaft gedacht er ist links liebst du mit HP ja kann ich machen weg dean du heißt du wie schier leuch n bisschen links ach stimmt das war unsere erste Runde mit B salir gel ja war jetzt irgendwie voll lang , denn die stympナen gehen sich nicht aus ok bot wird übernommen schaut nach b aus sind schon oben toll netzes orange auf k ich glaube ich spinne wofür ich bin geblieben warum erika biebsen ach der hockt doch da scheiße jetzt der b ist ziemlich nah ziemlich nah nimm die waffe hinter dir hinter dir das zieht die naja theoretisch könnten wir hat er ok gesagt ja ich geh zurück hoch alles alles und b ist halt komplett frei was ist denn jetzt kaputt und 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 ein defuse geht warum muss das ein anderer sein ich weiß nicht jetzt haben wir eine elko wir können sich erstmal in die farmers batman kauft sich einfach mal die pistol dazu es gibt es nicht ich treff den nicht nach aus dem bot genommen sind drei rampe eine muss ziemlich low sein da zwei oder drei hits kassierten von der seite möchte diesen wort übernehmen aber ich habe jetzt gefühl wir spielen mit drei bots dass der unterbomben baum wer weiß die 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 Da war er wirklich sogar. Nice. Let's... Ja, was willst du da? War back. Ja. Nice try. Bisschen loben noch. Wollen sie es nicht wirklich lobenswert? Hallo, der hat drei Leute geholt. Okay, er hat die Runde nicht gemacht. Er hat noch drei Leute geholt. Ja, wir wollen dann mit... Ja, gut. Wir wollen ohne Diffuse-Kit nur defusen. Er hat aber erkannt, dass es ein Fehler war. Ja, das muss wir eben hoch anrechnen. Ich sag, würde ich gerne B gehen, aber die anderen beiden können immer B. Ich komme auf A irgendwie nicht klar gerade. Ich glaube, es ist B. Ne, das sind zwei. Also die haben beide was gewesen. Fuck. Uh. Komm, bop, 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 bop. Schnell, nimm, nimm, nimm. Uh. Ich habe mich geklappt. Ich sehe gerade nichts. Noch zwei. Noch einer. Grün hat sich festgestuckt. Läuft bei ihm. Da kann man sich festgestuckten. Da war eine AWP, also Vorsicht, gell? Ja. Und die sind zu zweit, heißt die könnten sich theoretisch noch boosten. Ich geh mal zurück. Soviel dazu. Einer ist on Spot A. 3 HP. Schau mal, was Grün gemacht hat. So auf der rechten Seite vom Spot gerade noch. Let's send. What the fuck? Was? Wie zu hell hat er das geschafft? Nice screen. Es ist einfach... Ich lade diese Folge auf YouTube hoch. Dann kannst du es dir selber anschauen. Ich lade das. Ich lade das. Ich lade das. Toiletten. Stimmt eigentlich. Lauf. Du hast versucht, zu City zu kommen. Ich esse. Wuhu. Waffe? Waffe. Spiel auf Zeit. Ja, jetzt haben wir es. Schön. Halter Grün, ne? Ich hab doch nicht sowas gesehen. Du kannst ja auf B hoch rüpfen. Und anscheinend gibt es da irgendwo eine Lücke, wo man reinfallen kann. Ah ja, stimmt. Kängig. Ja. Achso, da ist er... Da ist er reingefallen. Ja. Ja. Nein. Halt diese Position. Sitz. Ja. Hallöchen. Wieso fehlt uns eigentlich einer? Ach, der Bot ist gestorben. Jetzt da. Warum ist er Randscheibk? Einer ist tiefspawn. Ah, okay. No, fuck. Vakuum und Queen. Pass auf. Einer ist angehittert. Einer kommt jetzt zu dir. Fuck. Shit. Ah. G-g-g-g-g. Ich hasse die Säcke da zu hocken, aber ich... Grr, ich muss den da töten. Ich hab kein Geld. Ah. Ich hole sie. Ich geh mal mit... Ich geh mal mit... Ich geh mal mit... Ne, ist eigentlich grad wurscht. Wo ich hingehe. Ah, ah, ah. Ja, es wird ziemlich sicher. Kann gut sein. Sogar gründest du mich weit vorne und lässt dich töten. Ja, ah, 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 ah. Au, au, au. Ja, super. Randsche steht natürlich in der Schusslinie. Ich bin fast tot. Wo sind die zwei pro Ramp hin? Nein. Ah, ach, einer B. Versteckt sich noch. Dort wo ich vorhin war. Wenn du da links rum gehst, da liegt ne AWP und ne M4 oder ne AK, ich bin grad nicht mehr sicher. Da kommt ja aber einer entgegen, glaub ich, oder? Rechts siehst du die AWP. Oh, einer kommt von hinten. Der Dreamplayer. Der hat grad orange gewohnt klickt. Ah, fuck. Das wär jetzt doof. Kommt. Hier. Schade. Sagen wir's so, es wäre machbar, die sind nicht so gut, aber dazu bräuchten wir Leute, die da sind, nicht AFK. Können wir wegen Briefing-Reportsen? Mache ich jetzt auch. Orange, gell, ist das? Ja. Reports, Briefing. 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 Let's go. Stay here. Yes. Eigentlich müssten wir orange kicken. Mh, fuck. Ah, 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 ah. Los, nimm den Bot, nimm den Bot. Ich bin nicht sicher. Ja, ich bin nur im... Druck, drücken die Leer-Taste. Ach, was? Druck, drücken die Leer-Taste. Geht schneller. Wenn du die Leer-Taste drückst dann kommst du direkt rein. Ich glaube wir haben ein Problem Hinter uns Mach du den mal hinter uns Aber zumindest Ich bin jetzt schon ganz Oh der der Shit Shit ey Reicht's jetzt Und tschüss Geld hab ich überhaupt 3.000 Du bist gar nicht runtergegangen Ich hab die Granaten ziemlich kurz geesst Geesst? Nom 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 Some tasty grenades Batman, wie du nimmst jetzt den Bock Ich bring die um Hat er schon längst Ach fuck Ich hab hier mal hängen grad Jetzt raus Mach ich die Räume Na 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 Nanana... 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 Es wird A. Ich hoffe, ihr habt die Vermutung, ne? Ich glaube, es ist A. Ach, ach Gott! Hinter uns? Ja, hinter uns. Das ist der DREAM-Spieler Es ist der DREAM-Kommt-true Okay, wo ist es? Diese Bots sind wie sie live, oder? Wir haben zwei Bots und der andere spielt wie ein Bot Ja Ist das nicht wahr? Nein, komm komm Hold this position Cover this area Hold this position Nein, nicht spämen Yes 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 That's a negative I see the bomb kick Fuck Fuck Na, das war's Schon wieder Boom, es kommt halt immer einer von hinten 96 in 4 Der da? Oh, he Ja genau der Oh fuck Bacon Cheese Report Abusive Text Check Hä, was hat er geschrieben? Log in to Legmemrash to win So machen wir rushen? Mit AWP? Oh, ich hab nicht gesehen, dass du AWP hast Sehr gut, dann lassen sie es nicht rushen Das ist eh letzte Runde jetzt, puh Careful Don't make it up today Cover this area Cover this area Ah, for a minute Okay Interessant, oder? Ahne ist der zumindest Fuck Das ist los Oh shit Ich steche auch auf den Spott Wo war der letzte? Ah, auf den Spott Arm wurde geplant. Fuh! Es ist nicht los. Na ja, gute Hearth ist relativ... ...playing with bots. Bitte du bot da! Oh! Komm, lass uns einfach beruschen. Einfach die Bots mitnehmen. Und beruschen. Okay. Ich hab die Bots schon ein bisschen verwirrt. Du hast mich getötet. Ja, du bist mir richtig gefahren. Hast du den anderen Bot? Von hinten? So, easy Bot, easy life. Gott, ey. Geh weg, ich kümm mich um den. Geht doch. Geht doch. Kein Problem. Mit den Bots müssen wir immer rushen. Denn wir haben sonst keine Chance das noch zu reißen. Ja. Einfach weiter ein B drauf. Oder A ist wurscht. Ich kann auch A probieren direkt. Na, ich glaub B ist besser. B ist B ist besser? Ja. B ist besser. Let's go. Let's follow me. Let's go this way. Follow me. Follow me. Ihr Schäßboots. This way. Fuck. Ach, fu. Ach, ich hör zu viele Schritte. Ah, die zieht zu hoch. Die zieht zu hoch. Schuld. Und schon, bot, 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 bot. But is down. Wir wollen das ja mal nach drauf. Ich glaub ich mir narisch. Was sind denn die? Die sind alle B, oder? Ja. drückte mir direkt den headshot ich glaube ich spinn von der sprung sprung erspann auch noch alter das war es einfach auf drückt er mir den lucky headshot ich glaube ich spinn das letzte von hinten kommen zwei die sind runter gesprungen da ist der andere das ist die füße schön bombe legt noch t spawn kann das sein ja bombe ist unten und der mate und der gegner ist auch unten wenn ich die steps gerade richtig gehört habe wahrscheinlich ja da ist er das dachte mir auch gerade war es doch drauf das noch mal und die bombe ja Ja dann weißt du mal nicht Schnitt ich kann keinen B90 kaufen Mac10 muss regeln Komm geh mit den Bots mit Ups Ich bin in der Brunschule gar nicht dabei ok Komm komm nimm 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 Hab 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 Wie war das genau ein Hit Kann man das mal erklären Weiß nicht Wolltet er grad ernst so Komm schon komm schon Komm schon Ach doch da scheiß ich hab die Steps Ich dachte das war noch nicht Was der Bot Marvin ist besser Wie der Batman Es ist offiziell Der Bot spielt besser Ja gut aber Wir übernehmen ja den Bot ständig Das ist keine Ausrede Wir müssen euch die ganze Zeit Forsen ey das ist so schrecklich Ja Der muss halt das gehen wir nicht machen Das ist das Er ist im Umkrat Ja Oh mein Gott da hat einen Gehen Sind kommen die von hinten Ja 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 Fuck bloß die Bombe liegt halt unterwegs Safe der letzte von hinten Oh cool also Ich hab ja nicht Ich mein ja auch den allerletzten Achso Den letzten letzten glaube ich Ja das allerletzte sozusagen Komm schon Die können nix Ich siehste das Traurige Ja Weißt du Sowas schimpft sich wahrscheinlich auch noch alles MGE Wahrscheinlich sind sie auch noch DMG oder so Einer folgt uns jetzt Ja der andere nicht Der andere stirbt Nein der andere sagt NO Achso Vorsicht Waffen gell Also sie hätten hier schon längst da sein können Ich bin jetzt safe Steht am Arschhek Ist es der tot? Ja Ja Ist auch nice Danke Bot Wusstest du das noch nicht Das sind nur noch 3 da Ja Ach ich hab die Bombe ja gar nicht Grün hat die Bombe Ich schenne die Bombe Wird ihr meinen die Bombe planen? So So Weißt, die Runde ist vorbei. Jetzt hat er es geschafft, die Bombe zu planten. Wir waren eine halbe Stunde auf dem Spot. Eine halbe Stunde. Sorry, ich bin gerade leichter. Das Match regt mich auf gerade. Aber richtig. Jawohl. Läuft bei uns. Läuft bei uns. Schön. Zwei von hinten. Lila, du hast die Bombe. Geh du vor. Lass mich die zwei abfangen. Oder so. Lass mich die Bombe. Lass mich noch der Bot. Und hier bin Bot. Letzter sind. Der letzte ist der letzte. Okay. Dann plant ich hier. Was macht grün? Äh, der rennt jetzt ans Bot. Hinter ihm nur der macht. Ist er schon durch? Weißt du das? In den anderen. Oh, der ist doch schon da. Hello. Mochte du es, mochte du es, mochte du es, mochte du es. 30 HP. Du kannst ihn töten. Das ist es. Also Gott. Ja. Nice. Gott, ich habe natürlich voll verkackt gerade. Ja, ja. Das ist jetzt auch nicht. Ja. Prost. Prost. Ich muss den Chat lesen. Eigentlich müssen wir mal A rushen, weil wir immer jetzt B berusht sind. Bot sagen nein. Let's go. Hey, ich hab's doch. Ah, hinter mir. Nimm mal den anderen Bot, ich brauch Hilfe. Ich hab's doch. Okay, spawn. Äh, da bist du du. Ich wollte gerade sagen, ich hab nur 19 HP. Dann wurden 16 auf einmal. Aus komisch, aus irgendwelchen Gründen, ne? Uh, okay, Papa K. Oben. Links. Sav? Ja. Hast den Schatten gesehen, ne? Ja. Terroristen gewinnen. Nice one. So, es sagt doch, die können nix. Bot, gib mir die AK. Das dachte ich mir auch grad. Du borgst das eher. Ja, eigentlich schon. Lass ihm die AK. Dann haben wir... Übernehmen die AK. Die Bots rennen ja gut zu Dank eh immer da, wo wir rennen. Also A jetzt da. Ah, nach oben. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Andern oben drauf. Andern im Raum. Ah! Last T spawn. Äh, one T spawn, sorry. Komm! Komm Red Z, du hast ihn gesehen. Geh weg. Just leave him. Was wollt ihr jetzt grad noch damit fabrizieren? Schauen dass der auf A rotatet in der Zeit? Oh Gott, dem wird die Bombe unterm Arsch weg defused. He won't be ramp, he will be city. Ja, ich find die Position ist gar nicht so schlecht. Ja, aber da hört er die Bombe nicht, wenn's defused wird. Das war bei Bier. Also ich hör sie. Ja, du. Mit deiner... ...Mikrofone da. Nice one. Nee, den hab ich sogar angehittet. Cool. Hat nen Vorkehr gemacht, ne? Der Kleine. Bot Marvin, ne? Das wird doch verkohlen. Pulltet die Nägel. Aber jetzt müsste man eigentlich fast auf B gehen. Ja. Komm, direkt B. Machst du die Botze? Ja. Da, immer diese Cockblocker von Botze, ey. Baffe ziehen. Deswegen muss man nicht stehen bleiben, grün. Wo, 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 wo? Ist er links rum? Nein, komm. Das gibt's nicht. Ich nehm den Bot mit der Nägel, jetzt reicht's mir. Jawohl, da liegt die AK. Ne? Ach, das ist grün. Direkt los. Die hat zwei, aber sogar. No! 140 HP left. Ist er gehört da unten? Du bist zehn. Oh no, der stirbt. Drei, zwei, eins. Ist sogar eine Mietansage. Ja. Safe call. Auf Gott, sie haben den B greift. Oh. Vielleicht gehen wir doch nicht mehr B. Ah, du musst nur mehr aufbauen. Okay. Ich glaube, an dies denken es nur nicht mit. Wollen die selber dort kommen? Hm. Let's go. Stick together. Negative, man. Ich hätt die Bomben mit nimmer sehen. Ich hab's da grün gegeben. Hallo. Nein, nein, nein. Fuck. Ich hab die Fische gefressen. Einer hat minus sechs Sekunden. Schade. Ach, Gott. Ich hab'n Bot nicht übernommen gehabt. Aber. Das war so, wie ich hier stehe. Hinter der Bier, ne? Und. Fort und her, ein Schritt wieder vorbei rennt. Und rennt er wieder zurück. Dann fahr'n mit dem Motor die Bier. Und so. Hallo. Die Bots verarschen mich. Warum kaufen die beide ein PIVF? Ich hab'n, also. Ich hab'n gebraucht, ne? Ich hab'n gebraucht. Oh, come on. Ach, ich kann eigentlich nicht campen. Ich muss pushen. Ich komm'n weissin' schnell machen. diese kunde die verplempern ist zu viel ich hab grad irgendwie nicht geblickt ob wir t oder cts sind ich vergesse mal dass man da links durchschießen kann wie genau ist der typ gerade vor mir der hat einmal einen 4k gemacht das hat mir ziemlich geboostet eier stimmt die haben eine echo pass auf vier schuss ach du hast den bord jetzt da kein plan der letzte ist schon mal grün zu ja also war letzter komm schnell city amen amen lasst ihr zeit lasst ihr zeit lasst ihr zeit nicht so viel spring gerade mit der augen nicht dass du größer viel mit dem ding machen kannst ich bin die augen nicht gewohnt ja das sag ich dir jetzt nimm dir ein vier doch mit ich hab eh druck warum ist die wochen jetzt weg weil es der bot hat das ist doch mal weg gehen das ist gewählen sagst du den bots bescheid ja so liebe bots wir gehen jetzt auf b ich glaub ich glaub grün fühlt sich jetzt verarscht nirgendwo das ist ein no das ist ein no aaah red um den bot hab ich die was ist denn los heute ich hab die Scheibe ich schlafe unter wie in die schlafe habe ich Schläge, 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 Komm mal rauf, Spooky, Schläge, Ah ne da kann ich auch gerne kommen, ich mach bloß Scheisse heute, oh fuck, das war's, tschi tschi, Ich hab den net gesehen, Unspot, Komm schon, Amen, Fuck was ab, Yes, Ja, Nice, 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 Well done, Well done, Well done, Der Moly hat uns grad so in den Arsch gerettet, Ah Gott, Ah herrlich, Despot, Komm her, Er ist unterwegs, Mann, Ist er doch schon da, Hab die Bombe, Ja, das ist doch nicht wahr, Gut, dann sollen sie da verrotten Na, Oida, Okay, Bottle, Okay, Also die müssen, die müssen eigentlich beide angehittert sein, Sehe ich die Bombe von dir aus, Ja, Der Spot ist aber fest, Der Lächste Messert ungefähr 70 Gramm, Oh Gott, Ich bin so fertig, Ich bin so hinüber, Was war das für Ranks? Ich bin so hinüber, Das will ich jetzt auch sehen, Ich sag doch, die waren teilweise DMG, Und wie ist der Batman auch erster geworden eigentlich? Wie war's denn? What the fuck? Was für ein verkapptes Match! Ja gut, wir haben immer viele Kills mit dem Bots halt noch gemacht, Deswegen kommt es uns ein bisschen anders vor. Was für ein Match! Das war's! Das war's!